Und hier sehen Sie ganz eindeutig die abgestufte Hierarchie. Also wir sind auf der Basis unserer Naturrechte mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet. Und um diese Rechte abzusichern, gibt es den Staat. Das erste Beispiel, das ich Ihnen hier anführen möchte, ist die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Spezifisch eine Passage, die verhältnismäßig weltweit bekannt ist. Der Text an sich, wie gesagt, stammt dem Jahr 1776. Dementsprechend ist es ganz besonders wichtig, nochmal zu betonen, also hier reden wir um ein, wenn man so möchte, Produkt dessen, was ganz grob als das Zeitalter der Aufklärung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bezeichnet werden kann. Und wir sprechen hierbei auch um einen besonders wunderschönen, wenn Sie mich fragen, Ausdruck dessen, was sozusagen diese Korsalik nochmal anzuführen, Sattelzeit, diese Schwelle zwischen Vormoderne und Moderne im Endeffekt alles zu bieten hat. Und ich will Ihnen das nicht vorlesen, sondern lediglich auf die hervorgehobenen Passagen hinweisen. Also lese Ihnen das, wie gesagt, nicht vor, sondern ich übersetze es mehr oder weniger sinngemäß. Also wir reden hier davon, dass alle Menschen von Geburt an gleich sind. Und dass alle Menschen eben aus dieser Überlegung heraus, das entsprechende Fachwort dafür ist Naturrecht, eben bestimmte unveräußerliche Rechte haben. Also diese Certain Unalienable Rights. Und unter diese Naturrechte fallen eben Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Und hier haben wir drei Faktoren, die hierbei ganz, ganz wichtig, wenn nicht zentral sind. Also das Leben, die Freiheit und das Streben nach dem Glück, wenn man so möchte. Auf diese drei gehe ich in Kürze nochmal ein, will Ihnen allerdings davor noch die dazugehörigen Folgepassagen nahelegen. Denn diese deuten darauf hin, was denn man nun mit diesen natürlichen Rechten, mit denen jeder von uns geboren wird, zu tun habe. Was ist die richtige Form, wenn man so möchte, oder die angemessene Form von Regierung, beziehungsweise von Gemeinschaft, wenn Sie das wollen. Und hier sehen Sie ganz eindeutig die abgestufte Hierarchie. Also wir sind auf der Basis unserer Naturrechte mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet. Und um diese Rechte abzusichern, gibt es den Staat. Und hier sehen Sie ganz eindeutig, dass diese unveräußerlichen Naturrechte life, liberty, the pursuit of happiness, vor dem Staat da sind. Der Staat also ist, wenn Sie so wollen, eine Kreation oder eine Kreatur der Menschen, die ihre Legitimität von der Zustimmung der Regierten ableitet. Also wir sehen hier eine mehrfach ineinander verwobene Hierarchie, wenn Sie so wollen. Also Mensch ist mit unveräußerlichen Rechten geboren. Um diese abzusichern, schafft Mensch den Staat. Und es gibt auch hier diese wunderbare, großartige Ausformulierung dessen, was passiert, wenn der Staat oder die Regierung sich über diese unveräußerlichen Naturrechte hinweg setzt. Und das ist die Passage, die ich Ihnen kurz noch vortragen möchte. Whenever any form of government becomes destructive to these ends. Wenn auch immer, welche Regierung auch immer, eben diese Naturrechte abschaffen will, sie soweit beeinträchtigt, dann sei es das Recht der Staatsangehörigen, eine neue Regierung einzusetzen. Also wo es um die Gewährleistung dieser unveräußerlichen Naturrechte geht und um das Glück erneut. Das heißt, diese unveräußerlichen Naturrechte, zu denen neben dem Glück, das hier zweimal erwähnt wird, auf jeden Fall die Freiheit gehört. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!